Hi, ich bin der Günther, ich komme aus dem Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Heute hoffentlich auch wieder mit Gameplay. Ich hoffe der Ton passt noch so alles, weil ich bin ein sehr schlauer Mensch. Das hat mir bereits ein paar Probleme gemacht bei der Aufnahme der letzten Folge Walross Edition, die noch nicht online ist, das Finale. Ich schlauer Mensch habe nämlich mein Headset auf dem Boden liegen lassen und bin draufgetreten. Und jetzt ist die eine Seite so ein bisschen schief. Deswegen weiß ich nicht, ob sich das irgendwie auf den Sound auswirkt. Ja. Ich weiß, ihr müsst mir nicht danken dafür, dass ich so toll bin. Das weiß ich selber. Übrigens leckt es. Also nur falls euch das noch nicht aufgefallen ist, ne. Kann ja sein. Ich weiß ja nicht, was ihr so macht, die da zugucken. Bei mir läuft heute wieder. Ich würde sagen, ich gucke mich einfach mal nach Mission um. Und gucke, was dann so passiert. Sorry, auch wenn ich heute nicht so viel rede. Ich habe leider was am Mund. Das tut deswegen ein bisschen weh, wenn ich rede. Ist jetzt nicht irgendwie schlimm. Ich bin auch schon durch den ganzen Tag bisher genommen. Äh, genommen. Gekommen, also. Ein Fliehort, den habe ich. Aber ist halt ein bisschen kacke. Die nehme ich gleich an, nachdem ich, oder? Den Fliehort habe ich gelagert, oder? Nein. Lass mich aber mit deinen Schlafsamen. Die mache ich, wenn noch ein Missionstag kommt. Die Folge. Heute nur Walkthrough, Playthrough, No Commentary. Läuft bei mir. Aber ich bin gerade auch richtig froh, dass das gestern nicht schon war. Ich weiß nicht, wo das auf einmal herkommt. Aber wenn das gestern schon so gewesen wäre. Ich habe, wie gesagt, das Finale der Walross-Edition gedreht. Und mir fällt gerade auf, dass es eh sehr toll ist, eine Eskort-Mission mit einem Ganoven zu kombinieren. Meint ihr nicht auch? Was Schlaueres kann ich nicht machen. Ich habe halt einfach alles reingeballert, das hier ist. Nee, unmöglich, da einfach hinzugehen. Ha. Dein Härtener bringt dich auch nicht weiter. Hier war der Ganovene. Dann, was habe ich... Ach. Jetzt nicht wirklich viel so krasses. Hier ist mal... Heute sind die Lacks auch wieder irgendwie schlimmer als sonst. Mal komplett. Oh Gott. Das Ding muss weg. Wow, das hat sogar Sinn ergeben, Slimer. Sehr gut. Das Ding war nicht gerade schwach. Nidorino ist K.O. Das Slimer ist anscheinend anders als das. Sonst bei solchen Eskort-Missionen sogar ordentlich gelevelt. Sonst sind die... Okay, ich bin halt erst low-level. Da geht das eigentlich noch nicht. Aber vor allem später im Spiel werden die dann... Äh... Wollen dann in Dungeons mit so Level 40, 50 Mons als Level 5 oder sowas. Boah, wieder tolle Folge heute. Okay, wieder etwas, das für einen normalen Spieler ohnehin nicht von Relevanz ist. Wirklich, One-Hit. Klar, der letzte Raum. Wir sehen, Geld muss sein. Alter, ist das schlimm. Ich hab schon überlegt, ob ich heute überhaupt was aufnehme. Hätte ich vielleicht machen sollen. Also, nichts aufnehmen. Aber dann hätt's heute keinen Upload gegeben. So, jetzt muss ich noch auf Ebene 6 Slimer bringen. Ah, warte, so kann ich doch gar nicht angreifen. Das war so klar. Mach's mal kaputt. Fünfte Ebenen. Ah, sehr gut. Ah, ne, Fake... Ein Fake-Item. So, jetzt bin ich da. Bist ihr jetzt zufrieden? Äh, also... Ich soll noch das Ende erreichen, oder? Ja. Sehr gut. Das hat sogar einen Wert gepusht und eine Fähigkeit gegönnt. Ah, das ist cool. Ach so, zu nem Pupp... Ich hab mir grad schon gedacht. Ah ja, darf ich anmerken, dass es mir in dem Spiel ein bisschen viele Slimer gibt. Tschüss. Ein 200er-Graugummi. 20 Punkte. 1.000, äh, 100, äh, äh, ja doch, 150 und 15 Punkte. Rotgummi. Grüngummi. Obwohl, ne, warte. Grüngummi ist nicht Floragummi. Für wen ist grün? Grüngummi. Egal. Käfer wahrscheinlich. Ach Gott. Bis gleich. So... Bin soweit ging fucking schnell. Ich hatte alle instant richtig. Willst du mich verarschen? Das stand doch... Das war gerade die sechste von sechs. So, jetzt aber. Das war auch easy. Erstes. Gut. Reicht für heute. Ich müsste einen richtig guten Boost kriegen. Euer Wachdienst war... Perfekt. Jawohl. Das ist beeindruckend. Ihr habt den bisherigen Highscore geschlagen. Auf die Fresse! Wir sind toll. Euer Einsatz wird bestimmt belohnt. Die wird auch ganz besonders. Ihr zwei verdient eine besonders großzügige Belohnung. Und zwar... 400... Piersevschal verändert Vergiftung. Belebersamen. Ehre. Und ein Top-Elexier. Ja, ist es. Macht weiter so. Ja, gerne. Gibt gute Items. Mal im Ernst. Diesmal waren aber auch so fucking einfache... Digga. Das war eindeutig ein Vogelfuß. Auswahlmöglichkeiten. Glumanda. Glumanda, Sandan, Kramurks oder Snowbilly-Cut. Sowas zum Beispiel. So, geht's in der Story weiter? Am Schein noch nicht. Na dann... Slimer, du wartest doch sicher noch in der Strandhöhle. Ich hab da was für dich. So, wie gesagt, ich mach dann einfach kurz den Schlafsamenjob, der mir in der Strandhöhle noch fehlt. Hallo, der hört auf einmal auf zu laufen. Irgendwie funktioniert grad hier relativ kacke. Na, kein guter Aufnahmetag heute. Ich hab den Schlafsamen nicht gelagert, falls das jetzt wer gehofft hat. Mir ist auch egal, falls in der Strandhöhle noch andere Missionen sind. Auch wenn ich eh nicht glaube, dass es noch welche gibt. Die werden jetzt mit der Zeit auch langsam schwieriger und nicht mehr so im ersten Dungeon. Die Flaschenpost ist übrigens, glaube ich, hauptsächlich Streetpass bedingt. Weshalb ich hier nix mehr finden werde. Kann natürlich auch sein, dass ich scheiße laber. Wenn ja... Hey, Ibims. Wo wir grad schon beim Thema Ibims sind. Die zwei Bimmsen's gleich nicht mehr. Und ich weiß, dass ich heute jetzt auch fucking demotiviert klinge. Ja, das war ja schwer. Ich weiß, dass ich fucking demotiviert klinge. Das Problem ist... Ich mein, ich kann zum Glück gut Try Not To Love. Sage, es habe ich die. Wirklich wehtun tut's nur, wenn ich lache. Ich weiß, dass er nicht mehr so heiß ist. Sondern back in game. Ich bin ja nicht blöd. Wahrscheinlich wissen das, wenn da die, die hier zuschauen, nicht. Aber, ja. Passt halt. Essen ist fertig. Halt, stopp! Hier bleibt alles so, wie es hier ist. Das Essen bleibt auch so, wie es ist. Ich meine, alle herhören. Bevor wir heute zur Abend essen, ich habe eine Neuigkeit zu verkünden. Hey, 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 hey. Ich will essen. Du weißt, es davon habt, dieses köstliche vor uns wieder Essen zu vertilgen. Ich bin entrüstet. Verrüstet. Ey, das ist gemein. Buh! Ja, genau so sitzt ihr gerade vor dem Bildschirm. Ihr seid dick da. Buh! Schnauze! Es muss Ruhe herrschen. M, ich bin mir sicher, dass die Auswahl der Expeditionsmitglieder euch alle beschäftigt hat. Unser Gildenmeister hat endlich seine endgültige Entscheidung getroffen. Boah, ey. Krass. Donnerwetter, endlich stilzfest. Die Mitglieder werden bei der Ansprache morgen früh bekannt gegeben. Ihr dürft euch darauf freuen. So, tut mir leid, dass ihr euch aufgehalten habt. Ohne weitere Umschweife. Fressen! Auf zu Vegas! Ja. Knuddelupf wieder mit seinem Apfel. Morgen werden endlich die Mitglieder der Expedition bekannt gegeben. Ich bin irgendwie nervös. Ja, ich weiß. Klaudergeil sagt, wir sollen uns keine Hoffnung machen. Schließlich haben wir Knuddelupf keinen der perfekten Äpfel gebracht, die er so liebt. Aber danach haben wir uns doch richtig angestrengt, oder? Ja, in der Feuchtklippe drei Missionen. Perfektrang beim Wachdienst. Und diese sehr lange Mission mit dem Slimer. Wir haben unser Bestes gegeben, selbst wenn wir nicht ausgewählt werden. Ich bereue nichts. Ich bin müde. Lass uns schlafen. Ich freue mich auf den aufregenden Tag morgen. Gute Nacht. Keine Reue. Genau. Red dir das nur ein. Aber wenn wir nicht ins Expeditionsteam gewählt werden, dann wird Fragezeichen Man am Boden zerstört sein. Obwohl... Er ist ein Pflanzen-Pokémon. Der Boden wird an ihm zerstört sein. Dieses Geräusch kann ich zum Glück ohne große Probleme von mir geben. Das ist auch Lachen. Fragezeichen Man gibt sich so viel Mühe. Ich hoffe, Fragezeichen Man darf mit auf die Expedition. Ich aber nicht. Und das geht auch sicher, weil wir kein Team sind oder so. Wenn wir beide ausgewählt werden, dann könnte diese besondere Fähigkeit von mir von Nutzen sein. Da fällt mir auf, ich hatte in letzter Zeit gar keine Schwindelanfälle mehr. Aber ich habe doch genauso viel Alkohol getrunken wie sonst auch. Ich glaube, es hat doch nichts mit Alkohol zu tun. Aber es ist frustrierend, dass ich die Vision nicht steuern kann. Wenn ich über alles zu viel nachdenke, kann ich nicht einschlafen. Ich sollte besser schlafen. Gute Nacht, Fragezeichen Man. Ich hoffe, du wirst morgen ausgewählt. Ich nicht. Und du stirbst bei der Expedition und kommst nie wieder. Und ich kann endlich aus der Gilde austreten und in Freiheit leben. Ich glaube, dieser ganze Text ist zum Zuhören noch toller, wenn ich selber einfach die Lachkrämpfe komplett vermeiden muss. Oh, oh, oh. Da ist es. Ein weiteres Zahnrad der Zeit. Es ist das Zweite. Nun bleiben noch drei Zahnräder der Zeit. Ich muss sie holen. Ach, ich dachte schon, die waren schlau genug, einen dramatischen Gewittereffekt in einer Höhle einzublenden. Aufstehen, ihr Keks. Ich gönne euch mal, oder? Gönne ich euch? Ja, also ich mache nicht direkt Schluss auf jeden Fall. Ähm, nun dann. Ich werde nun die Expeditionsmitglieder bekannt geben. Gegenmeister, die Liste, bitte. Plowdergeil nimmt die Liste mit den Namen der Expeditionsmitglieder von Knuddlef entgegen. Die ausgewählten... Alter! Irgendwie sieht Plowdergeil Sprite also nicht oben in die Box, sondern der auf der Map, nenne ich es mal. Der sieht gerade ein bisschen retardet aus. Die ausgewählten Mitglieder sind ja aufgelistet. Tretet vor, wenn euer Name aufgerufen wird. Und endlich ist es soweit. Mein Herz schlägt wie verrückt, Menschen-Skinners. Ich werde nun ohne weitere Umschweife bekannt geben, wer ausgewählt wurde. Nachdem ich euch noch achtmal versichern werde, dass es keine weiteren Umschweife geben wird. Ähm, unser erstes Mitglied ist Krakelo. Yeah! Aber wenn ich drüber nachdenke, war es klar. Yeah! Ja, ja, genau. Angeber. So, wie das heißen ist, wenn ich mal nervös war. Dann kommt Krebskorps. Hey, 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 hey. Der nächste... Äh... Bitte was? Überraschung! Pediza! Echt? Echt? Menschen-Skinners, ich? Ich geh mit! Hä? 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 Ist irgendwas, Pediza? Komm schon, tritt vor! Äh, ich will ja fortreten, wirklich, aber... Ich bin grad ganz überwältigt! Meine Beine wollen sich nicht bewegen! Meine Beine! Ich spür meine Beine nicht mehr! Meinetwegen, ignorieren wir es und fahren fort! Als nächstes haben wir Sonnflora und Palimpalim! Yeah! Riii! Riii! Äh, und damit ist das Expeditionsteam komplett... Äh... Als Einziger! Weil Dikta und Diktri haben Jobs hier in der Gilde, die sie machen müssen und Glibunkel... ...ist nicht mal richtiges Mitglied! Wie es aussieht, sind die Waschlappen raus! Hä? Geschieht ihnen recht! Äh, haben sie sich schon verdient! Damit hätten wir die Expeditionsmigie... Nee, warte, was? Da ist noch was auf den Rand gekritzelt! Der Gildmeister hat ne Scheiß-Handschrift! Oder ich kann nicht lesen! Das ist kaum zu entziffern! Würde ich laut sagen, was ich jetzt denke, hätte es unschöne Folgen! Am besten halte ich einfach die Schnauze! Äh, wie es aussieht, gibt es noch mehr Expeditionsmitglieder! Und zwar... George Washington... George Washington... Ähm... Scheiße, wen könnte ich mir jetzt noch ausdenken... Äh... Äh, wer kommt noch mit? Kangama und Kegleon! Ähm... Ah, nein! Diktatri... Diktri und Kliebunkel! Ich dachte, die haben Jobs! Oh, äh... Und Fragezeichen-Männer und Schmünter! Das ist... Warte! Warte! Warte mal einen Moment! Was? Was? Gildenmeister? Ich glaube, auf dieser Liste steht jedes einzelne Gildenmitglied! Ja, könnte was dran sein! Äh, nun gut! Wie es aussieht, war das ganze Auswahlverfahren sinnlos! Genau wie alle Monologe, die ich in diesem Spiel bereits geführt habe! Yay! Außer müssten wir nicht passen, wenn wir wirklich alle gehen! Bist du sicher, dass wir gehen sollten, ohne dass jemand hier bleibt, um auf die Gilde aufzupassen? Wird schon okay sein! Wir werden gut abschließen! Äh, Genmeister, ich habe auch ein paar Bedenken! Glaubst du nicht, dass vielleicht zu viele Mitglieder auf die Expedition gehen? Hm, wenn ein Freund sowas fragt, muss ich mich schon fragen, wieso? Ich meine, wieso müssen überhaupt alle gehen? Was hat das für einen Sinn, dass jeder mitmacht? Hä? Natürlich ergibt das Sinn! Ich meine, wenn alle gehen, macht's doch mehr Spaß! Bitte was? Es wird ganz laut und aufregend und lustig werden! Als wir die kam, konnte ich von der Aufregung nicht einschlappen! Willst du mich verarschen? So sieht's aus, Freunde! Wir gehen alle auf die Expedition! Und es wird ein riesen, riesen, riesengroßer Spaß! Geben wir alle unser Bestes! Yay! Tja, es ist beschlossen! Nun gut, lasst mich den Ablauf erklären! Und zwar morgen oder irgendwann anders, auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich brauche eine Pause, wir sehen uns wieder. Wenn's euch trotzdem irgendwie gefallen hat, lasst doch ein Like da, ein Abo, wenn ihr es noch nicht habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dann, ciao!